aber ich kann nicht ich kann nicht ich kann nichts mehr wechseln auf die ich schicke die jetzt weg und nimmer joanne mit du bist wieder nett du siehst aus als ob du ein bisschen beschäftigung brauchst kommen wird aber gehen wir zu fuß jetzt sind oder wird es mit autoren ja gut ist es nähert aber da waren wir ja schon egal was ist schon ein bisschen darüber laufen fünf neue container lasst es doch mal lieber das auto mitnehmen ja komm dann nehmen wir den großen hat er genug spritten er ist nicht ganz aufgeladen aufgefüllt also dachte was ich meine aufgetan ist es nur halb noch er verbraucht ganz schön wie spurt warte mal hier habe ich einen reingetan oder ja ich finde mal also ich habe jetzt eben nahrung gespendet nach aber wenn das lager natürlich weiterhin so kleine satze da jetzt irgendwas nur machen können warte mal sag mir nicht die wird langsam müde und ne hatte mal kurz ich glaube ich muss ja auch ja also ich hab's lager jetzt abgegradet und es gradet sich jetzt abgarde ach so der braucht ja dann ja diese müde ich grant hat fieber den muss ich aber mal irgendwie das ist der der die seuche hatte vielleicht ist das sehr nachträglich noch der hat den kleinen rucksack noch scheiße hat nur sechs teile wo bist du denn jetzt wird immer ich brauche erstmal auf den fahrer ja der steht hier komplett komplett orientierung du sitzt da hinten bist du denn die bisschen da reingekommen wenn er seitlich bist du da drauf gehen er kann ja mehr mitnehmen dass das gute dieser track obwohl eigentlich ist blödsinn wahrscheinlich auch mehr sprit ja gut ich will muss fragen wenn du musst fahren ist ja du fährst ich komme hier gar nicht rein ja doch auf die fahrerseite der frei in einer vorbeginn ja aber ich war nicht erfährt ja 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 fahr du genau es war mal voll synchron gerade bei euch wo ich eigentlich zu den solchen nennen ja welche schon das sind einige blau und orange markiert ist ja ja genau der weitesten noch die zombies in ich glaube ich nein er will unser geländer kaputt machen dass wir so mühselig aufgebaut haben wo kommen die denn jetzt her waren die vorher auch da ich bin links waren die ja auch da die autos äh ja ja lieber noch da aber am besten nicht durch den baum ja da da schlecht ganz schlecht ganz schlecht wieso ganz schlecht ja weil er ins haus reinfährt das ist ein kreischer das war einer ich komme hier nicht durch Aua dahin kommen die anderen ich wollte den eigentlich loswerden dann gehst du zurück jetzt hier sind überall sachen für euch noch könnt ihr alles looten wieso für uns habe ich doch überall schon gelootet orange hier ist alles orange ist wieder neu weil das haben wir aber für mich nichts nur nur ja oder ist das weil du der inhaber bist dann werden wir nicht gespeichert oder so dass wir schon mal hier also dass ich schon mal hier war zum beispiel ne ähm du warst ja um anspannung nicht hier gestern warst du doch blau oder ja gestern war ich blau vielleicht deshalb wäre zwar möglich ähm merkwürdig nicht möglich ja obwohl andererseits blau ist hier auch noch was okay also ich hab nur nichts hier im bad gefunden hier bestimmt etwas für mich da steht irgendwas mit zwei betten warum auch immer das hier drin steht ah ich hab wieder ethanol gefunden Ort kann beansprucht werden aber das wollen wir nicht ich bin jetzt die sachen haben durchsuchen die du gestern durchsucht hast glaube ich teilweise hier am radio warst du selbst auch dran nein ich hab keinen platz mehr fuck ich muss mal eben zum auto ich will nicht ins bad ich will zum auto ich bewachte den ausposten den ausposten du meinst das auto ja aber hier drin ist nix mehr in der garage ist nichts ne wir sind verziehen kann ist doch ich gehe mal durchs Fenster ach so es war gar nicht der raum aber den kann man gar nicht anklicken oder so ne das war auch nicht der raum ach so ja dann ne das sind welche die stehen immer hier rum hab ich auch schon gesehen jetzt ich habe einen großen rucksack yes und direkt zwei plätze mehr strike wo können wir weiter oder ich glaube draußen wollte ich noch mal kurz gucken aber ich glaube da war nichts mehr dahin ich habe ich gerade geguckt gar nichts nein ja genau jetzt so hat er jetzt rechts oder links also im auto sind wir ja weil dann kann ich mir das ja sparen da hinzulaufen wenn ich eh auf der anderen seite sein hier links müsste glaube ich den weg gleich reingehen dann habe ich so ein bisschen hier in das motorrad spiel das ist noch mal gespiegelt ist ne gar nicht noch gar nicht warte mal ne du wo müssen wir denn jetzt hin wir müssen unten links ach so ja die nächste links einer kreuzung einer zanke links ja dann glaube ich wieder links gleich ne ja den pfeilen also nicht na genau da ist da eins hinter uns irgendwas ist schon hinter uns ja hier auch schon oh da sind auch einige da schieß den mal ab an der tür an der tür ich sehe nichts was ist das ich sehe nichts boah wie viele sind das wieso machst du nichts ach jetzt wollte ich sie gerade metzeln hier wer hat denn da eine schaufel auf dem rücken echt da ist noch einer metzelst du die mit der schaufel oder ja echt oh Gott das kann ich jetzt mit mir ok also wie gesagt du kannst auch einfach eh drücken das dauert zwar länger aber es ist leiser hier noch was orangenes drin oh hier ist ein beizinkanister hier ist auch noch mal gelb ganz viel ne gerade wenn du nachts unterwegs bist ist es halt ganz gut wenn du leise lootest ja ich kann nur noch eins in dem moment das deckt sich ist aber langweilig dann kommt ja gar keiner ja aber wenn du zum beispiel alleine spielst und du bist in der phase wo es halt eben härter ist ich glaube dann musst du das auch nutzen ich brauche ein beizinkanister hier ist auch noch blau ohne und rasenmäher klingenschwert wo seid denn hier ach ihr seid in der garage oder wo ich bin im haus hier ist noch da ist das stückeln wäre schlechter ich habe nichts gefunden ja dann tun wir es machen ich tue den benzinkernister ans auto ja eine rolle mit leinwand ich glaube da kommen die zombies von dahinten irgendwo ist noch einige wunsch der kopf fliegt an das ist geil ja strickmütze ok es war ein gut symbol aber es ist ein strickmütze also den kofferraum kann man nicht gleichzeitig benutzen bei anderen sachen kann man ja gleichzeitig er wollte ach so der ist voll okay irgendwas anders raus ich habe noch einen platz im rucksack denn ich habe da mit sinkern ist da reingemacht eben das ist noch riesig ist noch alles voll wir können doch zu dem anderen fast der ist ja ein stück die straße hier runter wenn wir zurückfahren und man ich habe ein handelsset gefunden als muss ich noch mal liegen lassen oder soll ich den kleinen rucksack da reinschmeißen kann ich den legen kann ich gar nicht doch abwerfen kann ich den kleine rucksäcke wenn im großen das ist das ja eh blödsinn nehme ich das messer mit auch scheiße habe ich schon wieder was jetzt alles in das haus rein super wir warten wieder nur auf dich ja ich das ist eine waffe warte mal da kommt ein zombie das ist besser als das messer oh noch mal stehen bleiben stelle gelandet ist er schon tot da hinten war nichts mehr da geradeaus nee da war nichts mehr in der scheune ja fahr den armen bärten nicht um das ist der Lars der ist versteinert ja danke so das war gar nicht unser ziel sagt das doch wir müssen auch noch das Seuchenherz dann danach töten aber dann sollten wir vorher noch mal oder kommen sie schon das ist ein schreier oh hier ist ein schreier pass auf zwei glaube ich zwei mach den linken mach den linken oh ist der laut ja und der stunts das ist scheiße ja die joanne ist das oder die andere hier ja aber damit siehst du auch neue zombies an mit dem geballer ich habe noch mal klamotten gefunden ja ich kann ja wir müssen hier auf jeden fall später noch mal hin weil ich kann ja nichts mehr in wagen tun ich kann nichts mitnehmen und nix hier sind munition und alles benzinkanister ok müssen wir auf jeden fall erst zur basis und dann nochmal nach hier oder du guckst mal nach was überhaupt wichtiges drin ist nee dann kann ich später nicht mehr sehen wo das was hier drin war äh ein sack mit kaffeebohnen habe ich hier packst du warte mal oder können wir das nicht direkt schon wegschicken vom auto hä achso und Samen ich kann es nur nehmen ich kann es nicht verschicken was hier drin ist Samen nee das ist doch klar weil wir zu weit weg sind achso ja das war dieser wir müssen doch zum außenposten werden ok warte mal eine sache kann ich jetzt aber wieder mitnehmen äh nehme ich zumindest mal die munition mit ja wieso habe ich zwei munition weniger ich habe gar nicht geschossen so die anderen sachen kann ich jetzt nicht mitnehmen aber ich fasste jetzt auch nicht an damit ich noch weiß was hier ist in der garage sind auch noch viele sachen ja deswegen sag ich ja wir müssen auf jeden fall erst nochmal zurück und dann hier wieder looten es ging jetzt erstmal darum dass der infektionsherd weg ist hier einzelner tampon ach scheiße du hast doch gestern schon so viele damenbinden geholt nein ich will nicht nach draußen hallo jetzt sind aber alle weg ne ja 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 da sind wir gerade war noch zeug von euch das ist eine quest um den dieb zu verfolgen der deine gemeinschaft bestohlen hat übernimmt die Kontrolle über Ehren Hä das habe ich nicht dran stehen ja ja wirtschaftsziele Kriegsherr Kriegsherr doch das können wir ja mal sollen wir das machen das ist da oben woher nach ähm also der hat irgendwas was du durch Zufall bekommen kannst Reinigungsstation beinhaltet ein Waschbecken und Putzzeug installiere diesen Mod in der Krankenstation guck mal das kannst du für 250 kannst du das holen Tablettenpresse auch Mods für die Krankenstation Desinfizierungsmaschine ich denke mal das war damit gemeint Medizinbuch oh Gott das sind alles hast du davon irgendwas geholt ich kann ich kann irgendwie nur mit dem sprechen aber nicht holen äh kann ich dir das geben das ist jetzt die Frage oder kann ich das kaufen für die Basis äh um die Heilung von teilweise Blutsauchinfektion zu verbessern wie viele Punkte habe ich denn wo steht das denn da oben wenn ich Platz hätte scheiße scheiße wird fast weg warte mal was hast du red mal mit dem damit der nicht weg geht ähm hast du Schrauben? sonst werft die Schrauben hin das kann ich stacken achso hast du auch Schrauben? ja wirft die mal hier hin ähm hä warte mal jetzt habe ich nur einen oder wie ne jetzt sind alle ja nimm die anderen mal jetzt ich hab noch ein Handelsset ich weiß nicht wofür wir das brauchen ja warum nicht man schon ein Gewäck ey äh jetzt kann ich nur handeln hä mit dem hm jetzt rede ich nicht mehr mit dem ja das konnte ich auch gerade nicht aber du hast jetzt nichts gekauft oder? nein ich hab nichts gekauft äh Herstellungskosten verringern hier ist auch noch ein Bensinkanistern aber das ist nur ein Inhalt Heilung von Blutseucheninfektion zu verbessern da könnten wir was holen weil ich kann nur eins mitnehmen hier das ist das Problem irgendwie haben wir aber nicht alle Container durchsucht weil er sagt mir hier einer fehlt noch ja ich hab ja nicht alles mitnehmen können aber es ist mehr als einer ähm warte mal warte mal Medizin schaltet Krankenstation 3 frei ermöglicht die Herstellung von Erste-Hilfe-Kästen soll ich das lieber mitnehmen? hm das war jetzt für mich ein Ja also mir ja mir hat er ja hat er was wegen Wasseraufbereitung ne ne warte mal ich kann meine Sachen dann bei ihm verkaufen hm ah das ist ja cool dann verkauf ich mal ähm was ist das hier mit diesen dämlichen den rostigen Schraubenzieher den kann man nicht nicht weg machen ne den kann man auch nicht verkaufen ne den kann man glaube ich wahrscheinlich nur austauschen gegen irgendwas anderes Fernkampfwaffe Pistole Fernkampfwaffe Pistole das dürfte ja alles die gleiche sein PKK das ist genau die gleiche würde ich sagen dass ich die verkaufe ich meine gut die hatte halt auch die 10 Schuss drin aber scheiß drauf so er speichert jedes Mal wenn du irgendwas verkaufst speichert er bei mir echt? hm ähm wo war das andere jetzt? um die Heilung von teilweise Blutseucheninfektionen zu verbessern das war das glaube ich entweder das oder die Heilung da steht das gleiche drin also sollen wir uns waschbecken und waschbecken und putzzeug holen oder desinfizierungsmaschine das bringt quasi das gleiche nur die desinfizierungs ach die benötigt Strom oh nee dann nehme ich das andere ohne Strom erst mal ok so mehr Platz habe ich jetzt erstmal nicht ich könnte natürlich theoretisch ich kann mit immer noch nicht mit dir reden aber ich will jetzt nicht die Patronen verkaufen das ist das Problem ich habe ein paar Sachen zu trainieren wie über das ok zusammenstecken die Patronen ne das sind drei verschiedene der ist auch nur noch 25 Minuten hier also theoretisch könnten wir auch einmal zurückfahren wenn wir schnell sind und dann wieder nach hier kommen wenn wir leer sind also der hat auch eine Tablettenpresse oder hör mal Lars kannst du nicht einfach die Sachen in den Kofferraum ans Lager schicken geht doch nicht ich kann das nicht ach so ja weil das hier nicht ja ja ok wir müssen dann wegfahren oder wir müssen wie gesagt 24 Minuten haben wir noch wenn du jetzt nicht drei Stunden handelst sind wir ja schnell wieder da ok ich habe nicht drei Stunden gehandelt ich guck nur mal gerade da rein das erste Mal was er überhaupt hat aber was willst du denn noch holen überhaupt ja die restlichen Sachen die es da noch gibt die können wir alle installieren diese Tablettenpresse und so ein Kram oder was ist das ich glaube nur die Tablettenpresse fehlt noch also das mit dem Strom können wir ja erstmal nicht machen wir haben ja keinen Strom oder wir holen das für später und legen das erstmal ins Lager kann natürlich auch nur uns rennt jetzt halt die Zeit davon im Moment warte mal ich kann noch auf die wechseln noch auf die Joanne hat die noch was frei ja die hat alles frei ja super sagst du mir jetzt hier warte mal ja aber die kostet 250 Sterne ja ich kann die Sterne doch nicht ausgeben ich habe jetzt von 1000 noch 500 übrig ok komm ja dann hol du die lieber bist du frei kannst du die Sachen nehmen ich weiß ja nicht ob die weg sind ja werf hin dann nimmst du das Medizinbuch zum Aufwerten und die Reinigungsstation hast du beides ach man jetzt komm red mit mir ähm so Tablettenpresse und Gipsherstellungsset so ich habe mir jetzt leer gekauft jetzt habe ich keine mehr aber wir haben zumindest wir haben jetzt zumindest etwas was wir aufstocken können ähm ich gebe dir die zwei Sachen dann wenn wir da sind äh mhm Night jumping wir sind Jensei 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 Jensei